Musik Warum fängt er jetzt erst damit an? Oh, ich hab zwei. Ich weiß zwar nicht, wie er das macht, aber ich hab zwei. Ich weiß halt gar nicht mal, wo mein komisches Kackeschen ist. Du hast eine Eierschale in deinem Inventar, du musst ihn rausholen. Und jetzt ist es... Ja, jetzt sucht's wahrscheinlich. Und ich bin wieder allein, allein, und es ist weg. Weg! Bäh, halt mal! Äh, nö. Doch. Sucht das Kacki eigentlich auch mal? Ich hab schon vier. 2. Er sucht jetzt auch mein drittes... Dein drittes Fetisch? Meiner steht neben mir und macht nix. Wo sind denn... Was ist denn hier die... Fetische? Ja, ich muss sagen, was ist denn Schnüffeln? Schnüffeln? Ja, ne... Schnüffel-Fetisch. Ich kann auch nicht dafür, dass mein Schmetter, Schwanz das muss. Genau deswegen habt ihr mich ja dabei, ne? Für Kommentare, die ihr selber nicht unbedingt versteht. Ja, wie gesagt, dumme Kommentare, alter, alter, wie im Intro. Ja, ich hab' auch an dem, was ihr redet, oder was ich rede. Das ist richtig, das ist mir aber auch... Wie? Oh, du hüßelig ist möglich, ne? Redet erst mal, stell den Berg hoch, dieses Fick-Fiech. Man geht's eigentlich, Dulz, Beck. Das sind auch 20. Bis jetzt? Also, es gibt ein Duell-Speck, aber... Kommt erst mal. Bei Arm-Tubi. 35, glaube ich. Das glaube ich nicht. Doch. So, also ich hab' die Quest fertig. Ja, ich hab' drei. Na, das ist nicht mein Problem. Ich geh' schon mal zum Altar des Wassers. Weil meine Fetische zu BR, weil mein Kack-Schmetterschwanz zu behindert ist, Fetische zu suchen. Los, lauf weiter hoch, Fimmelforz, Nase. Das ist ausgelutscht. Genauso wie man's mit Tastwanz. Ach, wau! Ah! Ah! Jetzt hab' ich die Quest verstanden. Wessen, wessen das, was wir reden. Wessen, das funktioniert hier. So, so, Kackraptor-Freund. Da hat er das siebte... Ja, halt mal. Mal gucken, ey. Vielleicht ist Roy nachher schon mal bei, halt, dann kann ich ja mal gucken, ob der was kann. Dann kann ich das nachher erzählen, Alex. Schön. Fick ich euch wieder alle. Mich fickt keiner mehr. Ach, du in welcher Armee. So, ich bin auch fertig. Ich bin mit, ich bin mit, ich bin mit Max so einfach krass eingespielt, Alter. Mal abgesehen davon, dass er der Worst Charakter ever ist, aber... Wer? Da will er aber wieder was, da will er mal wieder. Jetzt können wir so einen Stoff ab. Ja, natürlich. Ich brauche nicht, es ist so. Aber ich habe heute extrem, extreme Defizite mit Lillbeck. Du hast halt einfach nur Pech, dass du nicht so hoch springen kannst. Ich weiß nicht, ich kann mich in der Luft gar nicht irgendwie wehren. Das Einzige, was mir groß, was bringt, ist nach links oder rechts B, Alter. Alter. Ich weiß nicht, ob ich noch im ersten Part... Nee, gar nicht. Doch, im ersten Part, den wir letztens aufgenommen haben. Part 27 war das. Der ist euch, glaube ich, schon abge-uploadet. Wo ich Alex mit meinem... Mit meinem Punch nach unten gelenkt hab, Alter. Was? So ein Lack, sagt der. So ein Warstlack, Junge. Alex, bekannt für Skill. Ich habe keins. Ja, ich hätte da auch lieber andere Aufschnitte genommen, aber ich habe nachher nichts Gutes gefunden. Oder nicht viel. Ja, also doch nicht bekannt für Skill. Doch. Nö. Habt ihr gelesen, dass, ähm, man bald den Dreh nur fliegen kann? Pff, war eigentlich schon vorher klar, wenn wir mal ehrlich sind, oder? Dafür musst du aber erst einen Erfolg machen, das weißt du auch, oder? Oh, wie schön, Erfolg. Der wahrscheinlich für jeden LFR-Spieler zugänglich ist. Nichts geht nicht, Tobi. Nein, aber das ist halt einfach nichts Besonderes dann. Nein. Na, was wir von dann machen? Ähm. Ja, warte, ich muss es, ich muss mir den Artikel erstmal raussuchen. Bestimmt, irgendwie Töte ein Boss oder kriegst du einen Legendary umhauen? Nichts mit irgendwas von dem. Lerne fliegen. Zahne 30.000 Gold. Ja, okay. Da. Ähm. Mit Patch 6.2 können die Spieler den Erfolg Pfadfinder von Draenor erreichen, für den sie den kompletten Kontinent Draenor erkunden, alle wichtigen Questreihen, abschließen, 100 Schätze sammeln, alle Bonus-Ziele banden und den Ruf respektvoll bei drei Tarnan-Dschungelfraktionen erarbeiten müssen. So, okay. Ja, okay, vielmehr sind nur noch die Fraktionen. Ja, wollte ich auch gerade sagen, okay. Dann habe ich halt alles. Echt? Ja. Ja, ich habe schon alle Schätze in Game gefunden. Ich auch. Ich bin gespannt, wann Cristiano Ronaldo in Smash Bros. kämpft. Wer hat ja mal gar nichts von oben. Das fände ich lustig. Oh, ich habe dir was gebunden, ne? Übrigens, ne? Kommt her. Neu, ich habe den Boss gekillt. Was kann der mit Schmerz schaffen? Na, lass uns mal Quest abgeben oder zu eins. So, Bangalash. Quest abgeben. Wäre doch eigentlich ganz praktisch. Wir gehen erst hier runter zu mir zu eins. Machen das, weil da haben wir direkt einen Flight-Flugpunkt. Nein, wir können dann direkt... Weißt du auch warum? Weil wir für Fort Devingston erstmal eine Quest machen müssen, bevor wir da einen Flugpunkt haben. Hm. Wie gay. Auch Bill Gates. So einfach ganz hat auch Indus-Wünsch-Gon. Klar, wie gut ist dir begeht, Bill Gates besser. Oh, cool. Oh, Alex kann sich nicht irgendwie abstellen, Alter. Hm? Was ist das für selbst? Weil wir glauben, alle im Gleichschritt ist das nicht schön. Und du bist hinten. Wie immer. Nur der beste kommt immer zum Schluss. Das beste. Ich hatte immer das letzte. Das letzte kommt auch immer zum Schluss. Ja, dass ich so macht sind, ne? Okay, sagen wir mal so, du bist das Letzte vom Besten. Ist ja auch Quatsch. Das ist ja auch Quatsch. So. In Fall, hier ist nicht wie tot. Oh. Meiner kann das nicht. Der ist schon dumm dafür. Ja. Reitiere passen sich den Besitzer an. Haha. 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 Also, Alex, was glaubst du? Kann man, äh, mythic, S-O-O machen zu dritt? Was geht euch durch den Kauf? Kann gut sein. Nur ein Boss wird halt eklig. Warum? Weil du doch halt ordentlich Schaden brauchst. Hi, wie geht's? Wir haben doch dich, oder nicht? Ja, und? Denkst du, das reicht? Ja. Ich glaube nicht. Meinst du? Grüße. Grüße. Fresse, du Muck. Hure. Hure? Hure. Auch die Hilfe. Mir kann man nicht mehr helfen. Hallo, ich will den Quest auch aufmachen, Alter. So, jetzt geht's da wieder lang. Kummer und Bruder. Das heißt Amok. Alle Horten sind eigentlich dumme Idioten. Heizer-Aliaten haben wir waren genauso ruhig, gerade wie wie Budi in dem Teil. Asiaten-Bürmer? Geronimo, Röthner-Rock. Lasse, der Brecher. Wie gesagt, der von Rocket Beans, das Pen & Paper, der ist voll geil. Und jetzt am 13. Juli, glaube ich, kommt die nächste Staffel, oder das nächste Abenteuer von denen, da sind die Wikinger. Und da, und hier ist, äh, Dings, wie heißt er? Eigentlich wollte ich den, äh, Lasse Bluten, oder so nennen. Aber du stellst ja dann deinen eigenen Charakter so, also so fiktional. Ähm, ist eigentlich, also Pen & Paper ist eigentlich ganz cool. Würde ich gerne mit euch auch spielen, aber dafür muss ich mich gerne erstmal ein bisschen so reinfuchsen. Ja, dann muss man es noch mal zu machen. Ich weiß noch, von Ihnen, also ich habe gerade zwei, zwei Finger, die so, so piece zeigen. Also so, so zwei Hände mit jeweils zwei Fingern, die piece zeigen. Ich bin schon da. Oh, doch mal, noch mal was fetisch zu tun. Nee, gar nicht. Ach, der andere lässt. Komm, mach Schock. Ja, komm, mach Schock. Ja, warte, 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 lass dich mal polen. Obwohl, nee, scheiß aufmachen. Unser Tank tankt ja nicht ordentlich. Der noch nicht da ist, ne? Der kann ja kein Alkohol halten. Macht eine Katze, ja. Hallo. Nenn deine Katze mal, Relax, Cleef, oder so. Haben wir einen guten Ersatz gefunden. Nennen sie Ramburg. Boom, ich lebe eine ein. Titans of Epic. Echt jetzt, Alex? Nein. Ablehnen. Gaylords of Epic? Ja. Ja, we want you. Okay. Ja, wir wollen dich aber nicht. Lies mal vor, was der Gatsch, als Marco geschrieben hat. Ja, auch aufgehebt, dass man im Chat, keine Ahnung. Ja, aber, was, Alex ja nicht. We want you. Die größte Level-Gilde dieses Servers, Titans of Epic, nimmt noch Spieler auf. Auch der einsame Wolf ist bei uns willkommen. Wir haben alle Gilden, Boni, Pat und Mom, Profitier. Profitier auch du davon. Natürlich habe ich jede Gilder, das ist kein Gilder mehr. Echt nicht? Ne. Ich weiß nicht. Ich kann aber nicht mehr in einer Gilder. Viel zu viele Juden, die Rummännern. Das mehr und alles. Hm. Hier hoch. Ich glaube, die Leiche ist da oben. Aber auch. Ne, noch ist die Leiche nicht hier. Er hat sie gleich. Hallo, Leiche. Ich muss mehr rein. Sorry, don't. Mein Pups kam gerade rein. Oh, schön. Die Fragen wegen Essen. Ähm, naja. Ich mach, ich mach mich nachher Pizza. Oh, hier ist er was. Lezy Lock, der er wohnt. Crestman, voll. Oder? So, auch fertig. Gehen wir zuerst Quests ab oder gehen wir zu Bangladesch? Ja, guck mal, wo wir sind. Gehen wir zuerst Quests ab. Ja. Hier. 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 Vielen Dank.